Ja, liebe Schüler, Gitarrenschüler, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Gitarrenkurses. Wir machen heute Begleitung und Stoppen. Das kommt beim Stoppen in erster Linie auf die rechte Hand an. Wir stoppen ja volksmusikalisch, das heißt, der Ball, der Hand, ist über den Seiten. Und wird nach dem Anschlag gleich auf die Saiten draufgelegt, damit die Saiten exakt gestoppt werden. Ich spiele vor. Nachdem ich angeschlagen habe, lege ich schnell den Ball über alle sechs Saiten der Gitarre, so dass sie exakt gedämpft werden. Und habe damit eine sehr schmissige, frühstümliche Begleitung auf der Gitarre. Musik Untertitelung des ZDF, 2020